Ich war heute eigentlich guter Dinge und habe schon ein ganz schönes Stück aufgenommen. Und habe mir gedacht, ja heute kann ich echt Content machen und dann kotzt meine Katze aufs Sofa. Und jetzt habe ich erstmal eine Stunde Pause genommen und mir irgendwelche Süßigkeiten reingezogen. Also so sieht es ungefähr aus, wenn man erwachsen ist. Man lässt sich unglaublich einfach demotivieren. Vom Leben meistens. Guten Morgen! Hoffentlich geht es euch auch so gut wie mir. Fun Park Nummer 3, Containment Team 3. Wir haben in den Wäldern viele Einheiten verloren. Sie müssen den Weg räumen, damit in der Zukunft weitere Truppen ungehindert dieses Gebiet durchqueren können. Unseren Wissenschaftlern zufolge sind diese Dinosaurier wohl nicht zu tun und wir haben ihn nicht angenommen. Also bis jetzt habe ich tatsächlich absolut nichts von diesen Dinosauriern gesehen, die irgendwie gut wäre. Also wir haben Kampfbuggys, wir haben Wüsteneger, Raxeros, Grenadiere und Flamme der Läuterungen. Schauen wir mal, was uns erwartet. Also wie gesagt, bis jetzt habe ich von den Dinos noch nichts gesehen, was irgendwie auch nur 10 Cent wert wäre. Die kann man relativ leicht outplayen, wie ich das so sehe. Also sie sind langsam. Die haben nicht die Möglichkeit, Flugeinheiten anzugreifen, lassen sich auch leicht ablenken. Also wie gesagt, da war jetzt noch nichts dabei, was irgendwie so richtig, richtig gut war. Oh, die Kalle ist auch wieder... Die Kalle ist winzig! Ach du Scheiße! Wie kann ich den Content jetzt in einem... Oh mein Gott! Okay, ich habe kurz gedacht, das Ding wäre gebackt gewesen. Äh... Oh, die Kalle ist winzig, wie stre... Warte mal... Ich habe irgendwo... Da, da ist irgendwas. Meduziraptor. Erstmal runterlocken den Bastard. Pew, 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 pew! Fuck, ne. Okay. Ähm... Wie kann ich den Content stretchen, dass ich hier 10 Minuten oder so vollkriege? Ähm... Es scheint aber zumindest einige Einheiten hier zu blühen. Au, au, shit, au, shit! Oh Gott, ich hatte meine Kamera nicht mehr so... Komm, komm, du überlebst! Überlebst! Äh! So. Der verrägt jetzt auch blöd. Oh, da unten kommt ein Tricksalat, ups. Ah, beautiful. Die Animation. Mmh! Mmh! Das komplette fucking Budget von EA ist da mit drauf gegangen. So. Gut, also oben haben wir einen Wald, mit ein paar WD-Ziraptoren, die jetzt getötet werden müssen. Kein Problem. Oh mein Gott. Jedes Mal, wenn ich eine Aufklärungseinheit stücke, dann wird die einfach komplett erst mal zerflühen. Ups, das war dumm. Da kommt der Nächste, das ist okay. Versucht die jetzt eigentlich alle nur aktuell irgendwie da reinzulocken. Jetzt weiß ich nicht, ob die... Oh, shit. Oh, shit! Nein! Oh, shit! Was ist denn da passiert? Woher kommt der denn? Okay. Und die können Leute überfahren! Die Zirizera-Tops können Leute überfahren! Durch Sand. Okay, beautiful. Ähm, ich glaube nicht, dass ich ein bisschen auch noch gewinnen kann, aber ich probier's mal. Okay, ich hab jetzt eine bessere Ahnung von dem, was die Dinos können. Gut. Ähm. Ich hab jetzt nicht damit gerechnet, dass die Dinos Einheit überfahren können. Das war jetzt mein Fehler. Äh, definitiv. Ja, aber ich glaube, ich hab jetzt eine gute Idee. Ja, wunderbar. Passt. Äh. Wie man mit der Mission hier klarkommt. Das Einfachste ist es wahrscheinlich, die so ein bisschen auf die Brücke zu locken. So. Wir können das gerade mal vielleicht so machen. Aber dass da so ein Stegosaurus von unten einfach kam, das war ja schon ein bisschen unverschämt. So. Oder vielleicht mal da hoch. In Ordnung. Recher auf. In Ordnung. Recher auf. Woher kommt der? Diesmal ist es ein anderes. Zum Fick. So, das heißt ja aber auch, dass ich... War das E? War die Taste? Nee, die Taste war X, ne? Ja. Das heißt, theoretisch müsste ich den eigentlich auch so... Kann mich nicht überfahren. Kann mich nicht überfahren. Fucking Krizzeratops kann mich nicht überfahren. Ich bin zu gut. Fucking Krizzeratops out of fucking nowhere. Äh, wobei die Raxzeros wahrscheinlich wesentlich besser wären dafür. Ja, die Raxzeros machen genau so eine Scheiße, also ja. So, jetzt schauen wir mal, was wir da alles herlocken können. Und dann schauen wir mal wieder nach hinten. Fucking Krizzeratops out of fucking nowhere. Und dann gehen wir jetzt alle mal wieder. So. Was haben wir denn noch? Wir müssen noch mehr Einheiten gewesen sein. Da ist was. Und dann gehen wir einfach wieder dazu. Richtig schneller. Pfff. Pfff. Hm. Irgendwie funktioniert das noch nicht so ganz wie ich's wollte. Nein. Nein. Joe Biden. Boah, die One-Shotten aber auch die Füße laden ja schon ziemlich bösartig. Okay, ich mach mal ein Buggy da unten. Okay, langsam wird's interessant. Langsam wird's interessant. Ich sehe noch, wie ich am Anfang ein bisschen gesagt habe, wie kann ich das in 10 Minuten Content stretchen? Tja. Oh boy! Oh boy, das sind einige! Oh oh. Äh, oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh no. Oh no. Gut. Okay. Es wird wesentlich interessanter als ich gedacht hätte. Das macht aber gar nichts. Dafür sind wir hier. Um zu leiden. Silence Wrench. I don't wish to be horny anymore. I just want to be happy. Woher kam jetzt... Also ihr seht, dass da unten nichts ist, ne? Wir erkunden jetzt nochmal hier ordentlich. Und sehen, dass da nichts ist. Das heißt, es kann also nicht plötzlich einfach ein Stegosaurus oder ein Triceratops aus dem verfickten Nichts kommen und meine Einheiten ficken. Nichts. Gar nichts. Oh. Jawohl, sah! Jawohl, sah! Die Raketenwerfer... also die Raktserie muss definitiv die beste Einheit, die ich habe, um... Das... Das... Das ziehe ich gar nicht ein. Das ziehe ich gar nicht ein. Das ziehe ich gar nicht ein. Fucking... Fucking Erleuchtung. Auch mit der Scheiße. Ja, die Raktserie sind definitiv das beste was ich habe. So. Es wird Zeit für Safestate Abusing. Weheheheh! So... Ich möchte eigentlich nur schauen, dass ich ein paar Einheiten... Pfff... Anfang herzulocken. Mehr will ich gar nicht. Ja. Okay. Hat funktioniert. Aber die Grenadiere machen mir schon wieder mehr Probleme, als ich sie will. Ah! The fuck?! Ich bin so froh, dass diese Dinos... Dass diese Dinos wenigstens... Äh... Keine Fernkampfangriffe haben oder sowas. Weg, weg da, weg da, weg da. Versteckt man sich auf deiner fucking Bäumen, Alter? So. Hehehe. Voll gut. Fucking K.I. Abusing. So. Also. Und man war auch irgendwie... Ja, 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 ja. Hehehe. 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 Gut. Hehehe. Gewur... Oh shit. Oh shit. Oh shit. Okay, er hat zweimal daneben geschnappt. Er zweimal daneben geschnappt. Muss einfach nur ein bisschen lieber den ganzen Shit angehen, und das ist eigentlich... ...relativ machbar. Ist nicht Cheating oder sowas, was ich hier mache. Das ist vollkommen legitime Strategie. Schaut mir dabei weitere 10 Minuten zu, während ich die Benny Hill Musik spiele. war noch letztes mal noch so viele oder das ist ja noch ein ganzes ganzes The dance fucking shit of my life! Was? Was? Ich hab irgendwas gehört, Verstärkungen sind eingetroffen. Oh ja, Tatsache! Achso, und jetzt krieg ich Einheiten! Achso, wahrscheinlich weil er... Wie viel vorher schon plötzlich krieg ich sauviele Einheiten? Wahrscheinlich weil ich hier den Waldweg freigemacht hab. Das ist doch Bullshit, ey! Alter, ist das Bullshit! Jetzt hab ich sogar noch die Chemiekrieger! Das ist die, die wir noch gar nicht so richtig gesehen haben, die mit Säure schießen. Oh boy! Oh boy! Oh boy! Komm her, komm her, boy! Komm her, baby! Komm her, baby! Nein! Nein! NIE DIE NORDMODS! NIE DIE NORDMODS! Oh Gott, ey! Fuck, die Nordmose sind die besten Aufklärungseinheiten, die ich hab. So, wir schauen mal, was wir da noch haben. Piss dich! Hallo? Nee, einfach angreifen. Piu! 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 Stoppage! Oh shit! Alter! Ich spaw noch mehr! Piu! Pisch dich! Aus dem Paar beim Ja. da überfahren werden. Da oben muss doch irgendwo was sein. Da oben hier an dem Nicht-Aufgeb... Komm schon, ich weiß doch, dass da noch irgendwas ist. Ich wusste, ich wusste, ich wusste es, T-Rex! So, schauen wir uns mal an, was die Chemiekrieger können. Es ist nicht so, als würden die sich gegenseitig umbringen, so wie die Fackel der Läuterung. Flamme der Läuterung, 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 Flamme der Läuterung. So, schauen wir uns das einfach mal an, es wird Unicorn. Soll ich dazu mal sagen? Okay, sehr gut. Ich brauche ingelegentlich die Ok-Beräuterung. Die dürfen nicht draufgehen, das würde mir ein großes Problem geben. Die sind die einzigen, die ansonsten noch Schaden machen. Gut, haben es ja fast, haben es ja fast, haben es ja fast. Mal schauen, was wir da noch ein paar Leute her schicken. Hier. Ja, sowieso sieht es gut aus. Ja, ja, Spongo. Äh, Spongo! Was ist denn so gedacht, du pissende Elke? Okay, sind sie doch bestimmt noch irgendwo. Nein! Reh! 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 So. Du willst mich verarschen! Jetzt brauche ich den ganzen Shit nicht mehr! Bullshit! Bullshit sage ich euch! Oh! 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 Ich kann das Kniekrieger! Das sind alles so... Ich kriege so viele Einheiten, die ich nicht brauche. Das Einzige, was hier gerade wichtig sind, sind die Rack-Seros. Und irgendwas, um, 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 äh, aufzuklären. Alles andere ist komplett useless. Was ist dahinter? Was ist dahinter? Was ist dahinter? Das kommt ja, Alter. Hä? Hä? Hast du dir so gedacht, aber du kriegst dann Kibi ins Gesicht. So, haben wir noch was? Viel mehr kann ich aktuell nicht sehen. Da! 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 Da war was! Da war was! Da! 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 Fuck! 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 Naja. Easy. Äh, die Mission war irgendwie auf der einen Seite ziemlich doof, weil du halt dir ein nach anderen rauslocken musst, auf der anderen Seite schwer in der Hinsicht und auf der anderen Seite dann relativ einfach, sobald du einfach wahnsinnig viele Einheiten in den Arsch geschoben bekommen hast. Von denen du ungefähr 90% nicht brauchst. Irgendwie komisch. Aber gut. Bis morgen. decreto. 점